Mainz 05 konnte das Bundesliga-Auswärtsspiel bei der Borussia aus Mönchengladbach mit 1 zu 0 für sich entscheiden. Das Ganze schauen wir uns einmal in der folgenden Taktikanalyse genauer an. Und wir starten auf jeden Fall erstmal mit den Grundformationen beider Mannschaften. Und bei Gladbach hatten wir hier das System, das wir schon aus der ganzen Saison eigentlich so kennen, auch mit der gleichen Besetzung. Hinten die Viererkette, dann Gramer als klarer Sechser, Cornet als eine Art Box-to-Box-Spieler, der aber auch mal mit Neuhaus tauscht, der halt hier als Zehner mehr oder weniger als Kreativspieler agieren soll. Und dann halt Hofmann und Blea als inverse Flügelspieler und Thuram vorne dann halt als Zielspieler, der aber auch mal in die Tiefe starten kann. Bei Mainz hingegen hat man mit der gleichen Formation wie üblich gespielt. Allerdings gab es im Vergleich zur Vorwoche, wo man ja mit 3 zu 0 gegen Leverkusen verloren hat, genau zwei Änderungen in die Startelf. Und zwar kam anstelle von Anton Stach Barrero rein und anstelle von Fulgini kam Lee rein. Und das ist auch so symptomatisch für das komplette Spielgeschehen. Denn sowohl Fulgini vorne als auch Stach im Mittelfeld dahinter sind beide eher schwach im Pressing. Während mit Lee und Barrero statistisch mit die besten Pressing-Spieler im Mainzer Kader reinkommen. Vor allem Lee, der ja auch in vorderster Front spielen durfte, ist da wirklich ein exzellenter Pressing-Spieler. Schauen wir uns gleich mal das Pressing der Mainzer an und gucken dazu, wie sich Gladbach hinten rausgespielt hat, also deren Aufbausystem. Und da war es so, dass man Sommer hier oft mit einbezogen hat. Dann halt die beiden Innenverteidiger mit Itakura und Elwedi. Dann war es so ein bisschen eine Asymmetrie, auch je nachdem auf welcher Seite man gespielt hat. Skelly schiebt dann hier auf, während Kramer zentral auf dessen Höhe agiert und sich halt anbietet. Während aber Benze Baini auf der anderen Seite oft viel höher aufgeschoben ist. Korné war dann ein Stück höher wie Kramer, aber halt dennoch hier in dem Bereich so. Neuhaus war auch nicht auf Kornés Höhe, der war auch ein Stück höher. Das heißt auch hier im Mittelfeld hatte man so eine kleine Asymmetrie. Thuram ist natürlich vorne und dann ist Plea halt eben, der ja hier außen war, wo Benze Baini nun ist, aufgerückt auf die 10er Position hinter Thuram. Während Hoffmann halt hier so rechts in dem Raum geblieben ist. Und dann hatte man halt eben dieses Aufbausystem hier. Schauen wir nun aber, wie die Mainzer darauf gepresst haben. Und da haben die Mainzer dann natürlich aufgeschoben in der gleichen Grundordnung. Dann sah das Ganze so aus und dann gab es halt verschiedene Pressingwellen, die dann halt jeweils ausgelöst wurden. Die erste war, Sommer spielt einen der Innenverteidiger an, sei es Elvedi oder hier Itakura. Und dann war eben die erste Pressingwelle Onisivo als alleiniger Stürmer, der dann halt eben Itakura attackiert. Wurde er überspielt, dann hat Itakura halt meistens auf Kramer gepasst, weil generell das Gladbacher Spiel wird meistens durch das Zentrum aufgebaut. Und sobald dann halt eben Kramer hier den Ball hatte, kam die nächste Pressingwelle bestehend aus zum einen Lee von der einen Seite und dann halt eben Boykart von der anderen Seite, sodass der quasi eingekesselt wird. Wird dann halt auch diese Pressingwelle überspielt, dann war es so, dass meistens einer der Achter angespielt wird, also jetzt zum Beispiel Neuhaus oder halt auch Korné auf der anderen Seite. Und dann ist halt der jeweils zugeteilte Sechser, der Mainzer, direkt draufgeschoben. In dem Fall wäre es jetzt halt Kor, der direkt Druck macht als dritte Pressingwelle auf Neuhaus. Oder wenn jetzt halt in dem Fall Korné den Ball erhalten hätte, dann würde Barrero direkt Druck ausüben. Und der hatte echt einige gute Ballgewinne, die dann halt eben auch für Chancen der Mainzer geführt haben. Dementsprechend war es für die Gladbacher halt ziemlich schwer, durch das Zentrum sich rauszulösen. Über die Außen hat man das dann halt eher zum Ende hingemacht. Dann hat man es oft herausgespielt über die Innenverteidiger, die dann halt wieder Druck bekommen. Und dann hat man halt auf die Außenverteidiger gespielt. Und dann wurden die offensiven Wingbacks von Mainz entscheidend, die dann halt eben Druck ausgeübt haben auf dem Ballführenden. Hier halt Aaron, wenn es auf der anderen Seite war, dann war es halt oft Widmer. Und das ist halt wirklich gut aufgestellt vom Mainzer Trainer Svensson. Denn somit waren halt alle nötigen Pressing-Spieler in der Mainzer Aufstellung erwiesenermaßen gut im Pressing. Mit Onisivo, Lee und Boykert vorne, Kor und Barrero auf der Sechs halt eben. Und dementsprechend, wenn Gladbach über die Außen gespielt hat, waren halt auch Widmer und Aaron gefragt, die auch gut im Pressing sind. Und das war halt wirklich gut aufgestellt von Bo Svensson und auch eine gute Taktik. Weil die Gladbacher sich halt echt schwer aus dem hohen Druck von Mainz befreien konnten. Und so erlangten die Gladbacher dann halt eben auch keine Spielkontrolle, was sie ja eigentlich in ihrem Spielplan so meist vorgesehen haben. Und worauf auch ihre Spielweise überwiegend ausgelegt ist. Ja, das Mainzer Pressing war auf jeden Fall gut, aber dennoch konnten sich die Gladbacher natürlich auch mal aus dem Pressing befreien. Und dann wurde es halt ziemlich schnell gefährlich, weil halt viele Mainzer Spieler überspielt wurden und dementsprechend nicht mehr ganz so viele hinten waren. Schauen wir uns jetzt also an, wie die Mainzer defensiv stehen. Und das ist eigentlich ziemlich typisch für die Formation und auch logisch. Nämlich hat man dann eine klare Fünferkette geformt mit den zwei Sechsern davor. Dann halt eben die Dreieroffensive. Lee hat sich manchmal vielleicht noch hier reinfallen lassen, wenn es brenzlig wurde. Aber meistens war das halt nicht der Fall in der Zeit, wo er gespielt hat, weil er halt vorne für das aggressive Pressing schon überspielt wurde und dann halt nicht auch gleichzeitig hinten sein konnte. Wie gesagt, Wenkladbach nach vorne kamen dann halt meistens über schnelle Spielzüge, weil sie halt die Spielkontrolle nicht erlangt haben und dementsprechend langsam vorrücken konnten im Ballbesitz. Daher ist es mir auch ein bisschen schwer gefallen, die Offensivformation zu erkennen. Ich würde es jetzt vielleicht mal als so eine Art 2-4-2-2 beschreiben, wo dann halt Thüram und Plea hier die Stürmer geben. Dann agiert Hofmann hier rechts in den Halbräumen. Links war es dann eben Korné. Dann haben wir eben Benze Baini, der aufrückt und Skelly auch auf der anderen Seite. Neuhaus und Kramer dann halt eben. Und natürlich die zwei Innenverteidiger noch nach vorne. Und dann war das System so in der Art, wobei dabei auch Neuhaus und Korné je nachdem, je nach Situation tauschen konnten. Und dann halt einer der Außenverteidiger aufgeschoben hat. Aber der andere auf der anderen Seite dann halt meistens hinten geblieben ist, um dann halt hier die zusätzliche Absicherung darzustellen. Aber wie gesagt, wirklich kontrolliert kam man bei Gladbach nicht wirklich nach vorne. So war dann auch die erste Halbzeit an sich eine wirklich ausgeglichene, wo auch der Ballbesitz ausgewiegend verteilt war, was ja eigentlich nicht dem Anspruch von Gladbach entspricht, die ja eigentlich da schon ein bisschen mehr haben wollen wie der Gegner. Und dann halt das Spiel kontrollieren wollen, zumindest wenn der Gegner vom Namen her kleiner ist als man selbst. Wenn jetzt also die Gladbacher hier eine Chance vertan haben, schauen wir uns mal das Aufbauspiel der Mainzer an. Und das war halt eigentlich wirklich typisch für die Formation und jetzt groß erwähnenswerte Änderungen. Wurde meistens dann Zen einbezogen. Huck ist dann hier links raus. Leit dementsprechend noch weiter links, aber nicht ganz außen. Bell war dann rechts. rechts und dann halt die Außenverteidiger hier auf Höhe der Sechser und vorne die drei dann halt auch in dem System Lee ein bisschen hängend, hat sich mal fallen lassen, ist ja von der Spielanlage her, kann er auch im Mittelfeld spielen. Und Boyk hat auf der anderen Seite und Onisivo als klarer Zielspieler, der dann halt auch oft mit langen Bällen angespielt wurde, um die dann festzumachen. Gladbach hatte dann auch zwei verschiedene Arten, wie sie vorne angelaufen sind. Hinten war es eigentlich immer die klare Viererkette. Im einen System war dann Kramer auf der alleinigen Sechs, dann Cornet und Neuhaus auf der Acht davor. Plea links hier am Halbraum, Hofmann rechts und dann halt Thüram als erster Anläufer. Ja, dann hatte man hier halt so ein ziemlich kompaktes System, vor allem nach vorne hin. Andere Methode ist auch aus den anderen Spielen bekannt. Dann war es halt einfach so, Cornet bleibt auf seiner Sechs mit Kramer zusammen. Plea und Hofmann halt wieder links und rechts und Neuhaus rückt dann halt von seiner Zehn eins nach vorne und presst zusammen mit Thüram in vorderster Front. Das ist halt auf jeden Fall ein bisschen aggressiver vorne drauf, aber wenn man es schafft, die dann zu überspielen, dann hat man halt einen klaren Vorteil, weil die Spieler dann halt eben hinten fehlen. Und man muss auf jeden Fall festhalten, das Pressing der Mainzer hat auf jeden Fall besser funktioniert, wie das von Gladbach. Kann aber halt auch daran liegen, dass Mainz die Bälle meist lang geschlagen hat, statt jetzt hinten rauszuspielen. Dementsprechend musste dann Gladbach von hinten neu aufbauen und die Mainzer konnten aufschieben und dann halt erneut ein Pressing starten und bei den Mainzern hat es halt besser funktioniert und da konnte man halt gute Ballgewinne erzielen und ist so zu seinen gefährlichen Torchancen gekommen. Also die Chancenkreation kam nicht durch das eigene Spiel, sondern durch das gute Pressing, wo halt Svensson auch die passenden Spieler dazu aufgestellt hat und sie auch taktisch richtig gut darauf eingestellt hat, wie sie zu pressen haben und die haben es dann auch gut umgesetzt. Dadurch, dass die Mainzer dann halt auch immer direkt draufgegangen sind, kam es dann halt eben auch zur roten Karte in der 52. Minute. Der Ball kommt von den Mainzern wieder mal lang. Der Ball prallt von Friedrichs Rücken ab und geht dann halt in den Lauf von Onisivo. Der ist im Duell mit Itakura und der foult ihn dann halt. Dementsprechend kriegt Itakura rot, muss raus und den dementsprechenden Freistoß hat Aaron dann halt auch verwandelt, was die Mainzer Führung brachte und so gab es dann halt früh in der zweiten Halbzeit zum einen die rote Karte, also die Unterzahl für die Gladbacher und dann halt eben auch den Rückschlag durch das Gegentor. Wie hat dann Gladbach drauf reagiert? Also Kramer ist dann halt zurück in die Innenverteidigung und Neuhaus hat sich fallen lassen und dann gab es halt weiterhin die Viererkette hinten und eine Doppelacht aus Cornet und Neuhaus davor, was halt schon ein bisschen offensiv ist, aber das Risiko muss man da natürlich eingehen, wenn man hinten liegt und das Tor machen will und ja, so schlimm ist es auch nicht. Was hat dann Svensson gemacht? Und zwar hat er genau die zwei Spieler reingebracht, die er eben im Vorfeld der Partie aus der Startelf gestrichen hat und zwar kam dann für Barrero eben Stach rein und für Lee Fulgini und das sind halt beides wirklich starke Spieler am Ball und dadurch hat man auch die ersten 10 bis 15 Minuten nach dem Platzverweis erstmal die Kontrolle des Spiels erlangt, weil halt Fulgini und Stach wirklich gut am Ball sind, können den Ball gut in den eigenen Reihen halten und die Gladbacher mussten sich halt auch erstmal zurechtfinden, wie sie mit einem Mann weniger agieren. Vor allem hat dann halt einer im Offensivpressing gefehlt, dementsprechend waren Ballgewinne schwieriger und die Mainzer sind dann halt auch offensiv weiterhin erstmal draufgegangen, um dann halt eben den Ball zurückzuerobern und in den eigenen Reihen zu halten, aber das konnte man halt nicht das ganze Spiel überdurchziehen und dann ab der so circa 65. Minute hat dann halt eben auch Gladbach die ein oder andere Möglichkeit und auch weitere Spielzüge, die halt oft auch schwach ausgespielt wurden, wenn sie dann vorne waren, da man halt wirklich schnell nach vorne spielen musste und halt nicht wie gewohnt unter Spielkontrolle langsam sich nach vorne kombinieren konnte. So ist dann auch Benze Baini, hat sich oft hinten reinfallen lassen, hat dann geholfen, den Ball nach vorne zu treiben. Bei den Mainzern war es dann so, Fulgini hat sich oftmals hier reinfallen lassen, wodurch man dann halt defensiv ein 5-3-2 hatte, mit 3 hier vor der Abwehr, was es den Gladbachern dann halt auch erschwert hat, sich Chancen rauszuspielen. Man kam halt dennoch noch zu ein paar Torchancen, mehr oder weniger, aber letztendlich hat es nicht reichen sollen für die Gladbacher. Im Endeffekt ist der Sieg auf dem Papier dann vielleicht leicht glücklich für die Mainzer, weil die Gladbacher auch einen Expected Goalswert von 2 hatten, die Mainzer glaubt nur so von circa 1, aber Trainer Svensson hat mit seiner Taktik die Gladbacher halt ihre eigenen Stärken beraubt und auch verunsichert, wodurch die Gladbacher dann halt eher durch schnelles Passspiel nach vorne sich kombinieren mussten, wie man es ja letzte Saison unter Adi Hütter schon mehr oder weniger vorhatte, aber da hat es ja auch nicht ganz funktioniert. Und der bisherige Saisonverlauf hat ja auch gezeigt, dass die Mannschaft und der Kader eher zu dem Ballbesitzansatz von Daniel Fahicke passt und dieser konnte halt gar nicht zustande kommen aufgrund des guten Mainzer Pressings, die es dann auch letztendlich gut verteidigt haben und letztendlich den Sieg nach Hause fahren konnten aufgrund der taktischen Einstellung von Trainer Svensson.